Die Tabel habe ich oben. Gehst du die gerade holen? Ja. Dann reiße ich schon mal die Wand auf. Wie viel kann der nehmen, Maximal? Moment, also die Build-Craft. Energy Sound 0, Power Slow, 1,2 MJ-Project. Okay, damit kann ich noch nicht dienen. Wieso? So große Einheiten haben wir noch nicht. Ich muss damit arbeiten. Äh, noch da hinweg im Club. So. Dürfte laufen. Jo. 2.000 MJ ist drin. Ach, der ist ja wieder ran voll. Der wird immer leerer. Boah, will ich mich anerwenden in dem Digital meiner Farke. Was mich stört, der macht irgendwie keinen Sound. Hm. Oder macht der bei dir einen Sound? Nö. Ich habe allgemein Minecraft ohne Sound. Hm. Ich will mal wissen, wie viel Iridium da rauskommt. Das würde mich echt mal interessieren. Gut. Der, jetzt wo der ME-Controller steht, haben wir schon mal die Basis für das ME-System. Mach, du machst den ME-Drive, ne? Ja, ach ja, jetzt weiß ich wieder wo ich war. Jo. Dann mache ich schon mal das ME-Assess-Terminal. Ich habe 14 ME-Basic-Prozessoren. Also, falls du welche brauchst. Ja, einen brauche ich sogar jetzt. Komm hoch. Ja, ich muss noch gerade ein bisschen Stuff holen. Liegt auf dem Elevator. Jetzt muss ich mal gerade gucken für den Fluid-Stats. Wo ist uns das Glas abgeblieben? Ich habe keine Ahnung. Tatsächlich, wir haben kein Glas mehr. Ich mache mal gerade was im Ofen. Zum Glück haben wir jetzt zwei davon. Währenddessen mal wieder Fisch und Chips knabbern. Ach, Putze? Ja, was? Worüber ernährt ihr euch eigentlich? Borsche. Moment, von Curry-Rice. Das ist ein Rüsselt-Hema-Fitter. Ach so, hier. Danke. Wie viel gibt das eigentlich so ungefähr wieder? Curry-Rice? Mhm. Eel. Nourishing Large Meal. Oh. Ja, wir essen momentan irgendwie alles Mögliche. Fisch und Chips. Ich lasse manchmal gerade Fisch und Chips. Ab und zu auch mal. Oh. Habe ich das irgendwie falsch gemacht? Was ist? Ähm. Irgendwas passiert? Nix passiert. Geht. Geht das jetzt nur hier. Gut. Sehr schön. Also, AE fällt quasi immer gerade flach. Warum? Weil wir keinen Fluix-Tast machen können aufgrund Nether-Quartz-Tast. Der Nether-Quartz-Tast von der Pleite-Energistics will nicht. Es sei denn, wir kriegen es jetzt nochmal über den Quasher hin. Weil ich habe gerade einen Pulverweiser gesteckt und es kam Greg-Tag raus und das wird nicht akzeptiert. Bist du sicher? Ich habe es gerade mehrmals versucht und es ging nicht. Das geht. Okay, jetzt habe ich den von der Pleite-Energistics bekommen. Also, der von Greg-Tag würde ich angenommen. Nether-Quartz, da hast du da? Ja. Ja, vielleicht müssen wir das dann noch auf. Ähm. Ich schreibe es mir mal auf. Mach das. Das Rezept noch ersetzen. So, jetzt brauchen wir mal. Hast du schon ein ME-Cable? Ne, habe ich noch nicht. Ich kümmere mich gerade um die verbesserte Energieversorgung. Na, da fiel noch ein Windstone. Na, da drüber war ja noch Glas. Schmelzen. Sehr gut. Ja. Ich wollte eventuell mal ein Speed-Update reinhauen. In den Digital-Tilminer? Ja. Ja. Upgrade, that shit. Ja, dann ist unsere Energie ganz schnell weg. Ja, obwohl wir können... Na, ich weiß nicht. Lassen wir das machen. Habt ihr zufällig Pilze? Welche brauchst du? Die normalen, die braunen. Äh, ich schau mal nach. Wir haben 20 Dir Erz, 22 Emerald Erz. Äh, 3 davon haben wir. Oh, Pilze. Normaler Mushroom. Drei Mushrooms. Ja, die reichen aber nicht. Ich geh welche suchen. Ich schau mal woanders. Ich mein, wir haben noch mehr. Das leckt man hier gerade. Ne, das sind unsere einzigsten Pilze. Ja, ich hab schon welche von... Wir sind pilzfrei. Wir sind frei von Pilzbefall. Also ich hab den ME-Drive. Gut und ich hab gerade... Ein bisschen gefuckt. Was? Hab's Eisen vergessen, First Access Terminal. Ah. Keine Sorgen des Schwimmers. Hä? Nöööö, ich hab schon wieder verkackt. Vielleicht habt ihr die falsche Milch umgenommen, ich dachte 4 Glas und 3 Eisen nicht, 4 Eisen und 3 Glas. So, der Assess Terminal steht, so das Assess Terminal ist fertig, reinchecken geht ja noch nichts, weil, ja, eher weh, weil im MME Drive noch keine Festplatten drin sind. Ich weiß auf wieviel, oh ok, wie sieht es hier aus, ja, also schön gleich viel Emerald und Dears, ne. Hast du da jetzt eigentlich ein Upgrade reingetan oder nicht? Äh, noch kein Upgrade. Ok. Ok. Also, das ist ja echt unglaublich. Was? Bei mir springt immer wieder Google Chrome Updater an und da stürzt bei mir Minecraft saft ab, also das ist echt unglaublich. Ok. Also, Terminal hast du, oder? Ähm, Assess Terminal ist fertig. Soll ich die erste Disc bauen? Jo. Was machen wir? Schon direkt ne 16K oder ne 64? Äh, 16K. Gibt es keine 4K? Doch. Irgendwo weiter unten. Ja, hab's gesehen. Ja, hab's gesehen. Ich mein, wir können uns auch so in der Creative-Zelle machen, aber... Wäre cool. Ja, ich weiß, ich war voll schlecht. Ja, ich weiß, ich war voll schlecht. Was ist denn das 2 hoch 3 Spatical Storage? Das ist irgendwie ein dreidimensionaler Speicherzettel. Damit kannst du die Terrain-Zelle speichern. Äh, lol. Ok. Dann machen wir uns ne 16K, oder? Ja. Ähm, ich würd... Am Anfang müsst ihr euch überlegen, ob ihr... viele Items oder eher, äh... ne Menge von einem Item speichern wollt. Ne Menge von einem Item. Da sind wir uns neilig. Ihr seid halt ja begrenzt bei... äh... auf 63 Typen, ne? Mhm. Also wenn ihr das benutzt, um euer Ort zu speichern, dann sind die großen besser. Aber wenn ihr... viele Zwischenprodukte speichert, dann sind die kleineren besser. Ich glaub, wir wollen jetzt mehr vieles Zwischenprodukte speichern. Wir haben so... 6700 Redstone, die gespeichert werden müssen. Passt noch nicht mal in eine... Äh, doch, das passt in eine 64K rein. Äh, doch, in eine 16K. Passt noch nicht mal in eine 4K rein, unser ganzes Redstone. Pfff. Ich tu mal wieder einen Stack Redstone, äh... Kohle in die Stagmel. Ach du heilige Scheiße. Ja, ja. Ja, ja. So. Mal wieder ein bisschen Ordnung machen. Mal wieder Fisch und Chips fressen. Da ist das. Ne. Ach, Putze. Ja. Habt ihr jetzt eigentlich mittlerweile genug Leder oder braucht ihr noch was? Ne, ne. Wir haben genug. Okay. Das könnte ich mal dazutun. Wenn du noch ME-Cable brauchst, ich hab noch zwei. Nee. Braucht er... Basic-Prozessoren. Hattest du davon nicht noch genug? Jetzt nicht mehr. Ach, warte mal. Ich muss echt mal was trinken. Also du solltest was trinken oder irgendeinen stören? Tut mir leid, ich weiß grad echt nicht was mit meinem Hals los ist. Oder jeder ist zu viel. Dann kannst du aber nicht liegen, weil es in den letzten Aufnahmen auch nicht war. Hier ist es Quads Cutting Knife. Ah, danke. Das hab ich gebraucht. Das war ja noch Silikon. So Silikon auch noch. Oh. Nur noch eins? Ich mach ja noch was. Habt ihr zufällig eine Weinen-Drohne oder Biene allgemein? Äh, Bienen haben wir, glaub ich, alle Street gegeben. Ne, hier sind noch... Wir haben alle Street gegeben. Ne, hier sind noch Sorcerers, Mashi... Biedo... Ja, das war's aber auch schon von uns. Also wenn du noch Bienen brauchst, kannst du bei uns rausnehmen. Mit Bonnow Island? Hab ich bisher noch nicht gefunden. Ähm, ja wie gesagt, wir haben keine mehr. Sollten wir dann irgendwann mal mit Bienen anfangen wollen, können wir das dann bei dir bedienen? So ein, zwei Bienen oder... Klar. Gut. Wir werden ja wahrscheinlich eh nur dann die Anfangsbienen nehmen. Also sprich... Ähm, Biedo und Forrest. Ähm, hier im Westland-Ford ist das gerade Silikon am Bachen. Ich brauch ein Silikon mal wieder. Ich hab sechs. So... Wie sieht das hier unten jetzt aus? Ja. Das gibt echt noch Spaß. Ey. 23 Diamanten. Alter Filme. Schon zwar zwei Stacks Redstone. Und er ist noch nicht mal fertig, ne? Zwei Stacks. Ey. 25.000 noch zu minen. Boah. Was? Mhm. Du hast ja auch schon gemacht, aber nur mit Silber. Oh ja. Das war schon ein bisschen... Verschwendung. Gut. Das hat mich gerade gestört. So. Wir haben eine Festplatte. Gut. Ich hab gleich mal eine 16k gemacht. Also können wir jetzt auch hier die... ...Barren reinschmeißen, ne? Hm. Haben ja oben noch so ein bisschen Eisen. Wollen wir... ...fertigen machen? Ah ja, okay. Bin schon dabei. Helfen mit. Ihr habt ihm eine Steadfest schon gegeben. Was ist? Wieso? So schlimm, oder? Ich muss dann noch eine finden. Sind die so selten, oder? Ja, die findest du nur, ähm... ...in... ...Cests... ...on... ...Dungeons. Ah. Okay, wenn du meine hast... ...der die abbaut, dann... Ja, ich glaub, die hatte ich schon... ...nach und so, aber... Ich glaub, die hatten wir... Bin nicht so ganz häufig. Wenn du sie brauchst, dann hast du sie nicht. Wenn du sie nicht brauchst, dann findest du da immer jede Menge von. Ah, okay. Boah, will ich immer... ...das Prinzip dann schon... ...auf E drücken, damit ich wieder rauskomme. Ja, nicht nur du. So... Dann tun wir auch noch die ganzen Platten mit rein und so, ne? Ja. Hier Block of Emerald und Quartz tue ich jetzt... ...wür den anderen Erzenden und Blöcken. Ja. Wollen wir das ganze Bloodstone auch noch rein tun? Ja, ne? Und hier Calcid und sowas? Und Fluorid? Ja, da hab ich schon rein getan. Ja, da hab ich schon rein getan. Ja, da hab ich schon rein getan. So leer auf einmal. So leer auf einmal. Dann noch ein paar Barrels leer machen. Also wir hätten nicht genügend Platz für unser ganzes Redstone. Naja, das lassen wir noch drin. Muss ein Barrel bleiben. Das war auch eben nur ein Witz von mir. Aber zum Beispiel das ganze Glowstone. Wo weiß das jetzt geil wer? Wenn wir nach dem Minion Stein hätten. Bei 451, ähm... Wie heißt das? Also Dias und so. Ne, nicht Dias. Meine Güte. Gold! Oh ja. Ja, wir haben fast alle Typen fertig. Oh ja. Ich bin so... Das ist unglaublich, wie vergesslich ich mittlerweile bin. Ich hab grad voll vergessen, dass wir in der Aufnahme sind. Wieso? Ich glaub... Das mit dem Alzheimer, es kommt doch schneller. Was hast du jetzt gemacht? Frag nicht, ich hab nichts gemacht, aber ich wollte was Blödes sagen. Ah... Okay. Aber ich würde sagen, wir können jetzt auch bald die Aufnahme schon aufhören. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon dran sind. Knapp zwei Stunden. Ja, das reicht dann erstmal. Wollt. Eine Viertelstunde. Ja, das passt. Ich hab ja noch ein paar Folgen auf Vorrat. Ja. Wollt. Wollt. Würde ich dann jetzt mal sagen, danke fürs Zuschauen. Falls ihr Fragen oder Kritikpunkte habt, schreibt's in die Kommentare. Wenn's euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, auch in die Kommentare. Schaut auch nochmal beim Bakerman, beim Street Digger, oder beim Trivolo vorbei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt, Let's Play Minecraft Technik SMP WD2. Tschüss. Tschüss. Tschüss.